so willkommen zurück dem ich im letzten paar so gefällt habe krieg ich heute hoffentlich hin und gott ich bin wieder am arsch der welt ich versuche ich werde auf jeden fall bevor ich die letzte mission da machen also ich weiß nicht ob sie letzte mission ist aber es hört sich fast so an als wäre es eine der letzten mission werde ich auf jeden fall noch die letzte statue eintauschen ich mache jetzt noch die nebenmission hier wo schickt er mich denn schon wieder lang nix ja ich weiß nicht vielleicht kriegen das heute fertig ich weiß nicht keine ahnung ich hatte auch gestern vor alle parts hochzuladen die ich gestern aufgenommen habe habe ich aber nicht geschafft den einen part den ich gestern noch aufgenommen habe den werdet ihr jetzt heute erst sehen wo ist der denn da ist doch wieder am arsch der welt oder okay ich hätte doch ein auto nehmen soll der hüpfer drüber sonst kann er überall drüber hüpfen muss da nicht so dann holen wir uns doch mal ein auto also ich glaube zu lange geht es nicht mehr das spiel sprüchte eben war doch geil er hat jetzt farben beigebracht ein perfekter affe kann ich nicht hier schon runter das ist doch schwachsinn na wie spinnt dann piste ich taxi jetzt darf ich wieder ein auto zerschrocken oder warte so hole ich mir noch und es regnet natürlich immer noch jetzt muss ich den knacken oder was falsch richtung na komm halt scheiße zu schnell 8 war es oder alles klar ja wenn ich mit dem sleeping dogs fertig bin werde ich wahrscheinlich disorned weitermachen und dann medal of honor da ist etwas falsch mit meinem motocickel ich weiß nicht was es ist ich bin unterwegs unterwegs und ich höre diesen knacken ich glaube vielleicht etwas zerfrocken oder etwas aber wenn ich es sehe, sehe ich nichts falsch Mann, ich weiß nichts über motocickels denkst du, dass du einen guckst ich bin mit dem unterd$%%f%& ich bin mit dem weg ich bin mit dem weg ich seuf mich komm komm na ja und dann na ja und dann wird ich mich wahrscheinlich gleich dann hinten und machen meine lade ist er ist weißt was passiert immer mit mir der neide und jetzt ok alles klar das wäre auch erledigt ja und wenn ich dann mal wieder ein bisschen zwischendrin wieder ein bisschen Zeit habe werde ich na sag schon Black Mesa weiterspielen also ich werde es vielleicht in Zukunft so machen dass ich ein Spiel nach dem anderen spiele also kriege ich die einzelnen Spiele schneller fertig ich weiß dass die meisten Let's Players so machen dass sie alles durcheinander hochladen und so aber ich probiere das jetzt mal aus ich kriege das Motorrad nicht danke nett so war doch gleich noch eine Nebenmission LKW Bergung und ich glaube dann haben wir schon alle Nebenmissionen jup sehr schön alles klar komm fahr ist auch nicht so weit weg 300 Meter ungefähr und ja war sie werde ich auch demnächst anfangen zusammen mit Andi wahrscheinlich und da werde ich demnächst vielleicht auch Kies verlosen Ah just my damn luck what's the problem I borrowed money to bet but I lost and the guy took my truck can you get it back for me I'll get it back for you hey hey thanks buddy I'll make it with you while okay das liegt auf Zeit war ja klar jetzt bitte nicht wieder so eine Kackstrecke wo ich das Ziel nicht finde ähm ja weil ich habe noch drei Keys glaube ich mit denen man 48 Stunden lang Zugang zu The War Z hat und es testen kann und ein Key davon werde ich wahrscheinlich Andi geben damit er sich das mal angucken kann und wenn es ihm gefällt werde ich das mit ihm zusammen let's playen wenn nicht weiß ich nicht ob ich es alleine mache oder keine Ahnung ja und die anderen zwei brauche ich nicht werde ich einfach verlosen oder so aber dazu werde ich wahrscheinlich noch ein Video hochladen oder irgend sowas oder ich werde es auf Facebook machen keine Ahnung mal schauen irgendwie sowas und tschüss Koppel okay das war jetzt auch nicht schwer zu früh gesagt na Polizei sollte ich eigentlich nicht kommen können sorry lass ihn schreien bleib mal hier in der Nähe oh Gott ich werde jetzt nicht festfahren oh Gott das darf nicht wahr sein ich habe echt kein Glück in diesem Spiel oh Mann ey das gibt es echt nicht in Zukunft werde ich nur noch Let's Plays auf dem PC aufnehmen obwohl das jetzt damit gar nichts zu tun hatte der Unfall da gerade aber ich bin halt mal ein PC Spieler ich fühle mich da einfach wohler ich kann auch viel besser steuern mit Maus und Tastatur als mit Controller jedenfalls die meisten Spiele das Problem ist dabei bloß ich würde auch das neue GTA gerne Let's Playen die Sache ist halt die dass es wahrscheinlich für den PC erst wieder ein Jahr später rauskommt oder so mal schauen ob ich es dann erst ein Jahr später spiele oder keine Ahnung weiß ich noch nicht jetzt fahr ich ein bisschen langsam und die Cops mich gleich einholen können und kann nichts kaputt haben ach so ich hab den falschen Laster geklaut ach so ich bin auch schlau ich hab lauter Gelaber wieder nicht aufgepasst ich bin nur noch ein bisschen weit weg komm fahr schneller das gibt es doch jetzt nicht ich bin nämlich verarschen hab ich echt den falschen Laster gekapert ich muss die ganze Strecke wieder zurück fahren so also los geht's ok was machen die ich wollte gerade sagen wieso kommen die denn nicht komm zu mir das war ja nicht richtig gut gerammt oh ich bin schon ah ich hab's schon geschafft ok nice oh Navi alter guck mal klar ich fahr dann hier runter leck mich doch ich weiß nicht was vollkommen falsch hä ok Navi schickt mich genau in die Gegend gesetzte Richtung entscheid dich mal du blödes Ding da muss ich runter ok oder? ja schon so jetzt nicht wieder den Lastwagen umkippen lassen jetzt hole ich mir aber noch den Schrein der war doch hier irgendwo war das da? kommt sie lange da hinten ist er ich hab ihn gesehen ich hoffe die Mission fällt jetzt nicht das wäre sehr sehr ärgerlich bitte nicht bitte nicht bitte nicht ja ja ich steig schon rein komm schnell wieder rein bevor er irgendwie abbricht okie dokie okie dokie so da rein alles klar kann ich bei dem Auto kaufen? alles klar ah da kann ich Fahrzeuge kaufen oh oh ein Panzer geiler Name ok hier gibt es richtig noble Karre ich habe nur 440.000 ich könnte mir den hier gerade so leisten den könnte ich mir ganz gut leisten ich glaube ich hole mir den Wagen ach die Lackierung kann man auch ändern naja den kaufen wir jetzt kaufen wir den Panzer ich wollte aber eigentlich die Lackierung ändern ach hier hier wir go schwarze hat immer Stil rein damit sehr nice so jetzt können wir die Statue zurück genau oh Gott 2000 Meter das nenne ich mal eine nice sehr nice Karre ok Feuer unter dem Arsch hat sie auch auf jeden Fall das sind die Missionen ich werde verrückt hab ich die gerade übersehen oder was? wahrscheinlich ist noch irgendwo eine? das dürfte jetzt aber die letzte sein ok fahren wir gleich mal hin schauen wir mal was da auf uns zukommt hä? das müsste hoch oder? sehe ich das richtig? Hey, kannst du mir auslösen? Was ist das Problem? Ich sollte ein freie Rennungsvideo machen, aber ich habe diesen Tab und jetzt habe ich Probleme zu fokussieren. Du bist nicht ein grünes Zoll, bist du? Nein. Ich glaube nicht, ich sollte rennen. Ich meine, aber wenn ich das nicht poste, werden die Goblins mich bekommen. Kannst du mir helfen, mein Freund? Du bist mein Freund, oder? Freie Rennung? Ja, mach einfach was auch immer, Mann. Ich meine, benutze deine Wände, wenn du willst. Der Typ ist voll drauf. Fliege, Baby, fliege! Ah, okay. Checkpoints abbrennen in einer bestimmten Zeit. Ich liebe Zeitdruck, habe ich das schon erwähnt? Lass ihn schreien. Unbedingt merken. Wow, wer ist der Typ? Oh Gott. Ich habe noch nicht mal einen Plan, wo das Ziel ist. Ah, da ist das Ziel. Okay, das war's nun perfekt. Okay, das war's nun perfekt. äh, okay. Ich bin fertig.